Ungarns Premier Viktor Orban wird auch in den kommenden vier Jahren fest im Sattel sitzen. Seine rechtsnationale Regierungspartei Fidesz kann einen überwältigenden Sieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag einfahren und sich offenbar eine Zweidrittelmehrheit im 199-köpfigen Parlament sichern. Die Oppositionsallianz in Einheit für Ungarn erleidet eine schwere Wahlniederlage. Nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen dürfte die Partei von Viktor Orban 135 Plätze im 199-köpfigen Parlament erhalten. Die Oppositionelle Sechs-Parteien-Allianz erhält demnach nur 56 Sitze. Selbst Spitzenkandidat Peter Marquisay schafft in seinem eigenen Wahlkreis kein Mandat. Der liberal-konservative führt seit 2018 seine Heimatstadt als Bürgermeister. In diesem Wahlkreis tritt er auch als Kandidat an. Es ist ein riesiger Sieg, so riesig, dass man ihn sogar vom Mond aus sehen kann. Und aus Brüssel auf jeden Fall, sagt Regierungschef Orban in seiner Siegesrede in Budapest vor Fidesz-Anhängern. Wir werden die Unabhängigkeit und Freiheit Ungarns, seinen Frieden und seine Sicherheit beschützen, betont der seit 2010 ununterbrochen regierende Ministerpräsident, der nun vor seiner fünften Amtszeit steht. Die Opposition, die erstmals geschlossen gegen Orban angetreten ist, zeigt sich schwer enttäuscht. Wir erkennen Fides Sieg an, stellt Marquisay, der Spitzenkandidat des Oppositionsbündnisses, am Wahlabend vor Anhängern klar. Wir wussten im Vorhinein, dass das ein sehr ungleicher Kampf sein würde, so der Oppositionsführer. Wir bestreiten allerdings, dass diese Wahl demokratisch und frei gewesen wäre. Fidesz hat nur aufgrund dieses Systems gesiegt, beklagt er. Zuvor war eher ein Wahlsieg von Fidesz ohne erneute Zweidrittelmehrheit erwartet worden. Eine Umfrage des Instituts Median knapp vor der Wahl hat 121 Parlamentsitze für Fidesz und 77 für das Oppositionsbündnis prognostiziert. Alles in allem ist der Sieg Orbans keine große Überraschung. Immerhin hat er das Land in den vergangenen zwölf Jahren an den Rand der Rechtsstaatlichkeit getrieben. Verfassungsrichter sind entmachtet worden, das Wahlgesetz hat man zugunsten von Orbans Großpartei Fidesz geändert und Medien ist eine Aufsichtsbehörde übergestülpt worden, beziehungsweise gehören sie engen Freunden des Regierungschefs.